Ja, hallo. Jetzt sind wir bei der dritten Mission. Wir gehen noch schnell mal rein. Und das ist meine Hassmission. Die schaffe ich fast nie. Also noch was die jetzt mal schaffen. Drogenhändler sollen festgenommen werden. Um ein Drogensyndikat zu überführen, soll ein V-Mann zum Schein einen Koffer mit der neuesten Designer-Droge kaufen. Postieren Sie Ihre Einsatzkräfte unauffällig im Einsatzgebiet. Überwachen Sie den Handel und verhaften Sie die Drogenhändler, sobald die Transaktion abgeschlossen ist. Jo, das machen wir. Okay. Der Countdown läuft. Willst du nicht weiterreden? Nö, gut. Polizisten raus, was brauchen wir nicht. Profiler. Schauschützen. Und dann auch noch mal ein paar normale Schützen sollen. Davon holen wir... Fünf. Und knallt drauf. Dann, da ich das schon mal gespielt hab, so war es mir davon aus. Aber nicht zu nahem Treffpunkt, sonst platzt der Deal. Jupp. Das machen wir. Ihre Einsatzkräfte sind zu nah am Treffpunkt. Sie könnten von den Zielpersonen entdeckt werden. Ziehen Sie sie weiter zurück. Ja, ist gut. Gut, jetzt sind Ihre Einsatzkräfte weit genug weg. Ihre Einsatzkräfte sind zu nah am Treffpunkt. Sie könnten von den Zielpersonen entdeckt werden. Ziehen Sie sie weiter zurück. Gut, jetzt sind Ihre Einsatzkräfte weit genug weg. Ihre Einsatzkräfte sind zu nah am Treffpunkt. Sie könnten von den Zielpersonen entdeckt werden. So, damit haben wir alle Großstraßen abgeriegelt. Schicken wir noch da einen hin? Nö. Da regelt ja dann mal. Sind wir soweit. Die Zeit bis zum Treffen wird langsam knapp. Ja, ist gut. Oh, oh, oh. Der steht nicht außerhalb des Gebietes. Fahrzeug zwei, auf den Weg. Jetzt, ob die das hinwürden. Gut, jetzt sind Ihre Einsatzkräfte weit genug weg. Naja. Lasse jetzt mal um kommentiert. So, sprühen wir mal vor. Eigentlich müssten wir alles haben. Jo. Eine Minute noch. Zehn Sekunden noch. Das soll die genau auf zehn Sekunden gleichkommen. Verstehe ich jetzt schon nicht. Aber, naja. Okay, die Show fängt an. Ruhig bleiben. Wir warten ab, bis das Geschäft gelaufen ist. Das tun wir mal so. Was gibt es da zu diskutieren? Los, gib ihnen das Geld. Mach schon. Hau rein. Die Koffer sehen ziemlich gleich aus. Erst muss unser Mann die Drogen haben. Okay. Jetzt pauschen Sie den Koffer. Verdammt, wo kommt dieser Ruhmschrauber her? Der ist vom Fernsehen. Irgendwer muss den Fernsehsender in Tippe gegeben haben. Weg da, weg da. Oh nein. Einsatzkraft verletzt. Einsatzkraft am Boden. Das lief nicht so wie geplant. Okay. Nehmen Sie die Drogenhändler fest und kümmern Sie sich um den V-Mal. Und die verpissen sich ja jetzt natürlich ins Gebäudchen. Oh, wir haben hier vielleicht ein Stauersbelast durch. Rollen. Parken wir mal hier. Auf dem Weg. Oh. Wir haben hier zwar Profiler, aber keinen Aufklärer. Das ist natürlich schade. Da müssen wir ja mal nochmal einen hier herholen. Jawohl. Fahrzeug direkt geführt. Auf dem Weg. Wollen wir nicht den Lied wieder abschießen? Dann dürfen wir das leider nicht. Los geht. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Fahrzeug 6,4. Was gibt's? Auf dem Weg. Diesen Beuter sind sie. Für böse Wichte. Fahrzeug 6,4. Du verpiss dich mal und du lieber aufstatten. Gehört. Gefort. Was gibt's? Gebäude erkunden. Fahrzeug 6,4. Auf dem Weg. Hört. Was gibt's? Schnee am Geschehen drin. Profiler? Diskutier mal mit denen, bitte. Gute Arbeit. Alle Opfer sind abtransportiert. Jetzt nicht wirklich schwer, aber... Wo rennt der jetzt ganz hin? Höre. Gut. Gehst du nicht ins Gebäude rein? Nein, du gehst nicht ins Gebäude rein. Höre. Gut. Eine Geisel, zwei Schusswaffen. Na, super. Sofort alle Einsatzkräfte zurückziehen. Sonst stirbt die Geisel. Okay, diskutieren nochmal bitte mit denen. Wird gemacht. Sofort alle Einsatzkräfte zurückziehen. Sonst stirbt die Geisel. Bin unterwegs. Du gehst mal weg, sonst stirbst du gleich. Rekranate. Schon unterwegs. Auf dem Weg. So, wo ist mein... Mein... Ja? Bruder mit den Granadier. Ihr seid ja tolle Leute. Hau rein jetzt hier. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Bin unterwegs. Okay, werfen wir die Blinden an, also noch. Was gibt's? Ja, das hätte jetzt viel gebracht. Allerdings. Fahrzeug 5 führt schon unterwegs. Okay, wenn wir mal wirklich alle... Abziehen. Und dann noch mal mit dem Spiel diskutieren. Fahrzeug 5 führt. Bin unterwegs. Fahrzeug 5 führt. Und dann noch mal mit dem Spiel diskutieren. Fahrzeug 5 führt. Sofort alle Einsatzkräfte zurückziehen. Sonst stirbt die Geisel. Wollt ihr mich ver- Eiern. Fahrzeug 5 führt. Was gibt's? Bin unterwegs. Der entsteigt mal ein. Schienen wir jetzt schon mal alle unter Kräfte zu... Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo sie sich zurückziehen, wäre das ja nochmal ganz toll. Richten wir einfach überall mal an. Oh. Straßensperre holen. Straßensperre holen. Was gibt's schon unterwegs? Los geht's. Höre. Sind unterwegs. Ich weiß ja nie. Soll ich denn den Straßensperre rausrollen? Auf dem Weg. Los geht's. Danke. Gut, jetzt kissen wir auf die andere Seite, damit wir nicht im Einsatzgebiet stehen. Fahrzeug 1 hört. Was gibt's? Was gibt's? Hier brauchen wir mal eine ziemlich, ziemlich lange Straßensperre. Allerdings. Bin unterwegs. Bleib hier, Mensch. Bin unterwegs. Dann gehst du bis dahin. Und dann rollst du die bitte hier lang raus. Hier. Ist mal ein anderer da. Was gibt's? Auf dem Weg. Stell dich hier hin. Danke. Ja? Ja? Roger. Bin unterwegs. Ach man, jetzt stehen die Autos im Weg. Ja, werfen wir noch als eine aus und dann... Ja? ...reden wir nochmal mit den Typen. Ja? Wird ausgeführt. Sofort alle ein. Bei einer Geiselnahme hat der Schutz und das Leben der Geisel im... Ja, ja, ist gut. Genau deswegen speichere ich. So muss ich das auf das Gebäude werfen, damit wir auf den Boden, sonst klappt das nicht. Gut. Zu befehlen. Ja, schon unterwegs. Explodieren. Gut, das verstehen wir uns nicht. Bei einer Geiselnahme hat der Schutz... Ja. Schutz der Geisel, du mich auch. Da machen wir das jetzt auf die harte Art, nicht mal mehr mit Bühnenkramaten. Gleich durchknacken. In Ordnung. Jawohl. Wieso gehst du nicht sterben? Geh sterben. Achtung, es gibt weitere Opfer im Einsatzgebiet. Bei einer Geiselnahme hat der Schutz und... Ja, also muss ich noch ein Stück weiter rum, damit ich nicht mal den Pfosten schieße. Weil der Pfosten kann nicht sterben. Gut zu wissen. Ja, schon unterwegs. Und ich brauch mir noch zwei Krankenwagen noch. Aber das können wir ja dann machen. Diesen März ist ja ziemlich egal. Bin unterwegs. Ausführung beginnt. Achtung, es gibt weitere Opfer im Einsatzgebiet. Ja, ist ja gut. Wird umgehend durchgeführt. Danke, damit könnt ihr auch schon wieder ablaufen. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug fünf, Hörzeug sieben, hört. Bin unterwegs. So, dann warten wir noch auf die zwei Krankenwagen, damit wir das schon mal geschafft haben. Und dann... Fahrzeug acht, hört. Hören. Du sollst aufsteigen. Fahrzeug fünf, hört. Hören. Wird umgehend durchgeführt.